hallo ihr lieben ich bin's wieder die rose fröhlich heute mit dem thema haferkekse ganz schnelles rezept mit wunderbarer vanillesahne und zwar könnt ihr einfach haferkekse nehmen natürlich auch gerne selber backen und dann müsst ihr einmal sahne schlagen ich habe in die sahne einfach ganz normalen vanillezucker oder vanillearoma oder vanille also bourbon vanille gibt es ja auch könnt ihr gerne rein machen dann wird die sahne einmal umgerührt kommt auf die haksa entschuldigung auf die haferkekse rauf und ich habe hier noch mal ein bisschen dekoriert ein bisschen heidelbeeren dazu also ganz einfaches schnelles dessert und es ist super lecker probiert es aus liebe grüße lassen aber da und das plus weg eure sandra